Willkommen, meine Damen und Herren, auf dem Reaction-Kanal. Heute werden wir auf Musikhörer gehen mit Dave Fancy. Okay, Aventador, Dardan. Warte mal ganz kurz. Der hat einfach mal Musik aufgehört, ne? Ja. Crazy. Einfach so, aus dem Hals. Einfach so, Liga. Einfach so, Liga. Das ist ein richtiges Shisha-Balli, Digga. Das ist ja Shisha-Club-Playlist-Hits. Auf Platz 1, Digga. Safe. Jetzt geht's safe durch die Decke. So behindert durch die Decke. Das hat schon so, wie gesagt, schon so gut. Das ist schon fortprogrammiert, Digga. Schon nach 20 Sekunden, man weiß, Digga, das Ding wird überall laufen. Der Beat ist ja, wie gesagt, Mainstream. Ja. Das ist ja, wie gesagt, wenn ich war schon wieder los. Im Aventador, roll im Aventador. Tor, 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 Tor. Aventador, Tor, 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 Tor. Aventador, Tor, 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 Tor. Aventador, Tor, 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 Tor. Easy, roll im Aventador. Fahrrad davor, mache money, money, hallo. Hatte nie eine Wahl, hab mir alles genommen. Fake, Bugatti, Veyron, roll im Aventador. Das ist Noa. Achso. Ah, der hatte eigentlich Stress mit Carmen. Echt? Ja. Stell mir gar nicht, die Gerste, ich dachte, ernst. Ja. Ja, Alter. Das hier ist richtig, das mit dem Klatschen wird richtig diese Club-Szene sein. Dass da wird so ein TikTok-Lied. Das ist schwer, aber Dicke. Wie finde ich das bis jetzt? Bisher, Video ist geistkrank, finde ich. Ja, Video ist schön, ja. Text ist aber jetzt. Ja, ich habe auch. Bro, ich hasse so Texte, die dir nichts sagen, so. Also, der sagt zwar was, aber das sagt dir nichts. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, ich feiere das irgendwie, das ist so, wie gesagt, dieses Shisha-Club-Ding. Ja. 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 Nein, ich hatte gar nichts, außer das Cannabis von A nach B verteilen. Roll mit Mr. Dardia die ganze Nacht in einem Aventado-Bice. Ja. Ich musste hart dafür kämpfen, mit Gras in den Päckchen. Heute check ich, wie die Lage der Charts und der Trends ist. Mache Parapara, ich fahrpaller alles, der Beifahrer Endo. Ja, dein Mal ist Radar, mein Material ist 1er, fahrg doch nur. Ich weiß nicht. Ja. Endo sieht aber nach dem Berlin-Ding etwas, wie soll ich sagen, ein bisschen aufgemunterter aus. Es ist halt irgendwie, also, zum Text, ich kann das gar nicht, ich fahrlein, Digga. Ja, also, ich fahrle das Lied jetzt auch nicht, aber das Video ist nice. Video ist cool, Video ist wirklich cool. Ja, wir hören mal weiter, was noch kommt. Ja. 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 Ja, ich habe hier alles, ich meine. ich hab mir alles offen so nach und nach, aber das kommt da noch kommt alles noch RIN das Rennen RIN das Rennen so Leute, danke fürs Zuschauen ich hoffe, es hat euch gefallen, wie ich darauf reagiert habe wenn ihr weitere Reactions wollt dann lasst doch bitte einen Daumen hoch da und ein Abo Bis zum